Was ist Scalping auf Wettbörsen und wie können wir damit Profite erwirtschaften? Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Winterholzinger von der Sportsbetting Academy, deiner größten deutschsprachigen Bildungsplattform für professionelles Sportwetten. Und heute werden wir uns einmal ein bisschen mit Wettbörsen wieder uns unterhalten und auch um den Fachbegriff vom Scalping. Und ich habe dafür ein Live-Beispiel für dich vorbereitet, um eben diese Thematik besser zu verstehen. Ja, was ist eigentlich Scalping auf Wettbörsen? Was bedeutet das überhaupt in der Fachsprache? Und dafür müssen wir uns zuerst einmal mit dem Thema der Wettbörse als solches auseinandersetzen. Denn auf der Wettbörse, ich habe hier das Spiel vorbereitet, München-Gladbach gegen Leipzig. Wo es eben zur Halbzeit hier 2 zu 1 stand. Und das sind die Quoten, die wir hier auf der Börse zu diesem Zeitpunkt haben. Und wir sehen dann hier, auf der einen Seite, hier auf der blauen Seite, Quoten stehen und darunter auch eine weitere Zahl stehen. Und alles, was hier blau ist, so wie hier in München-Gladbach, wenn wir diese Quote mal als solches hernehmen, würden wir sagen, dass in München-Gladbach das Spiel gewinnt. Also wir setzen für den Sieg für Gladbach. Und der Betrag, der was darunter ist, das ist so viel Geld wartet jetzt hier auf der Quote von jemand anderen, der was eben hier unseren Einsatz halten möchte. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch diese rosanen Quoten auch noch, wo wir eben sagen können, nö, nee, Gladbach wird nicht gewinnen. Ja, das heißt, wenn ich die anklicke, dann sage ich, nee, Gladbach gewinnt nicht. Sobald eben das Spiel X oder 2 ausgeht, werde ich die Wette gewinnen. Aber ansonsten, wenn es eben Sieg-Tipp-1 ausgeht, will ich dann die Wette verlieren. Ja, das sind einmal so die Basics, grundsätzlich zum Thema des Trades auf Wettbörsen, dass es eben sogenannte Back-Quoten gibt und Lay-Quoten gibt. Und das Scalping, also dieser spezielle Fachbegriff, bedeutet, dass wir genau einen einzelnen Tick auf der Wettbörse handeln. Was ist jetzt ein Tick? Wir sehen zum Beispiel hier, da von 1,79 auf 1,78, dieser Abstand von 1,79 auf 1,78, das bezeichnet man jetzt einen Tick. Oder von 1,78 auf 1,77, das wäre jetzt auch ein Tick. Und eben dieser Fachbegriff Scalping bedeutet eben, dass wir genau diesen einen Tick nur handeln wollen. Und im Endeffekt brauchen wir eben somit zwei Wetten, damit das funktioniert. Auf der einen Seite müssen wir zuerst eine Lay-Wette oder eine Back-Wette zuerst eingehen und im zweiten Schritt dann eben die Gegenwette. Das heißt, wenn wir zum Beispiel zuerst eine Back-Wette platzieren und dann eine Lay-Wette platzieren, dann hätte eben dieser Handel stattgefunden, also dieser Scalping von einem Tick. Wenn wir zuerst zum Beispiel eine Lay-Wette platzieren und danach eine Back-Wette platzieren, weil die Quote zum Beispiel steigt, dann hätten wir auch eben dieses Scalping absolviert. Und jetzt sind wir genau bei diesem entscheidenden Punkt, wenn eben beide Wetten angenommen werden, können wir damit eben auch Profite generieren. Damit das aber funktioniert, müssen wir uns jetzt intensivst einmal mit dem Thema unterhalten oder beschäftigen, wohin bewegt sich eine Wettquote und warum. Denn ich muss ja verstehen, damit ich eben diesen einen Scalp durchführen kann, diesen einen Tick, wenn ich jetzt zum Beispiel zuerst etwas Back, dann muss die Quote niedriger werden, damit ich es dann niedriger Lay-Wette platzieren kann. Also ich muss immer zuerst hochbacken und danach niedriger lay-Wette platzieren. Oder ich muss zuerst niedriger lay-Wette platzieren und danach später höher backen, damit ich eben hier Profite mache. So, und jetzt müssen wir uns genauer mit diesem Thema unterhalten und beschäftigen. Jetzt steht es bei diesem Spiel hier, 2 zu 1 für Gladbach. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Scalping betreiben möchte und jetzt sage, okay, ich möchte nur einen Tick handeln, muss ich mich mit der Thematik beschäftigen, ja, wohin bewegt sich denn jetzt hier die Quote, wenn es jetzt 2 zu 1 steht. Wird die Quote jetzt da fallen oder wird sie steigen? Wenn sie fällt, müssen wir zuerst das Ganze backen und danach layen. Würde die Quote aber ansteigen, das heißt in diese Richtung wandern, dann müssen wir sie ja zuerst layen und danach einen Tick höher wieder retourbacken. Das heißt, mit dem Thema muss man sich dann auseinandersetzen und auch ein Verständnis für diese Industrie entwickeln. Und wenn wir jetzt da diese Situation einmal hernehmen, dass es jetzt hier 2 zu 1 steht, dann wird diese Quote, wenn wir jetzt da von Gladbach einmal sprechen, diese Quote wird dann im Endeffekt jetzt hier fallend sein. Warum? Weil hier im Endeffekt es wahrscheinlicher wird, dass Gladbach jetzt gewinnen wird, weil es schon 2 zu 1 steht und somit diese Quote hier bis zum Ende vom Spiel Richtung 1,01 runter wandern wird. Das bedeutet aber auch im Gegenzug, dass diese Quoten hier, das Unentschieden, das wird ansteigen und Leipzig, dass die das gewinnen, das wird auch ansteigen. Weil es ja unwahrscheinlicher wird, dass es jetzt noch Unentschieden ausgeht und dass eben Leipzig das Spiel noch dreht. Nehmen wir für unser Schulungsbeispiel die Situation her, dass wir die 1,78er Quote hier zuerst backen und dann bei 1,77 lehnen wollen. Nehmen wir mal an, wir würden das jetzt damit 50 Euro bei 1,78 backen und kaufen und dann bei 1,77 wollen wir den Trade wieder schließen, das heißt genau einen Tick und wollen ein sogenanntes Green Book erstellen. Das heißt, dass es danach völlig irrelevant ist, wie das Spiel noch ausgeht, wie wir hier in allen drei Fällen den gleichen Profit mit nach Hause nehmen können. So, was brauchen wir, damit das funktioniert? Du findest zum Beispiel bei uns im Live-Coaching-Programm von der Sportsbetting Academy, was auch unterhalb von diesem Video verlinkt ist, die Möglichkeit hier einen ganz speziellen Trading-Rechner dafür zu verwenden. Und in diesem Trading-Rechner kann ich jetzt da hier oben eingeben, die Quote 1,78 möchte ich mit 50 Euro kaufen und hier sieht man schon Exit Trade bei 1,77 mit 50,28 Euro. Das rechnet dann dieser Rechner für uns aus, sobald ich eben hier 1,77 eingebe. Das heißt, ich muss den Trade dann mit 50,28 Euro wieder verkaufen, damit wir hier, du siehst das hier, dann 27 Cent Profit mit diesem einen Tick generieren. Und das dann hier auf Green Book einstellen, damit wir hier eben den gleichen Gewinn mit nach Hause nehmen können. Das schaut dann von den Handlungsschritten wie folgt aus, dass wir eben hier, du siehst das, die 1,78er Quote mit 50 Euro zuerst bespielen. Dann sehen wir auch hier, wie unsere Ausgangslage ist. Das heißt, wenn das Spiel jetzt unentscheidend hinausgeht oder Leipzig gewinnt, verlieren wir 50. Wenn Gladbach gewinnt, gewinnen wir 37,83. Aber wir bleiben ja gar nicht so lange drinnen in diesem Trade, sondern wir versuchen ja das dann einen Tick darunter wieder zu verkaufen. Und das schaut dann im Endeffekt im zweiten Schritt so aus, dass man hier bei der Quote 1,77, wenn wir dann aufs Late drücken und mit 50,28 den Trade wieder schließen, dass du eben jetzt dann hier sehen wirst, dass es völlig egal ist, wie das Spiel ausgeht, wir hier in allen drei Fällen 27 Cent Profit mit nach Hause nehmen können. Und jetzt ist halt die Frage, welches Risiko habe ich denn mit dem Scalping? Wenn wir es diesen speziellen Fall hernehmen, von Gladbach gegen Leipzig, jetzt könnte natürlich passieren, dass Leipzig, während ich jetzt warte, wo die Quote von 1,78 auf 1,77 runtergeht, dass zum Beispiel Leipzig den Ausgleich erzielen könnte. Oder dass zum Beispiel Gladbach eine rote Karte bekommt und es dadurch wieder unwahrscheinlicher wird, dass eben hier Gladbach das Spiel gewinnt. Und dann, wenn das passiert, muss ich natürlich den Trade schließen, ein sogenanntes Red Book erstellen, um eben meinen Verlust zu begrenzen. Das heißt, selbst wenn es der Leipzig den Ausgleich erzielt oder Gladbach eine rote Karte bekommen würde, in der Wartezeit von 1,78 auf 1,77, dass diese Quote um einen Tick fällt, kann ich natürlich mit diesem Rechner das auch berechnen lassen und eben hier einen kleineren Verlust nur in Kauf nehmen. Und jetzt gibt es aber auch Vorteile, die ich mit dem Scalping auf Wettbörsen habe. Das eine ist, dass die Zeit eine ganz wesentliche Rolle spielt, denn die Zeit drückt die Quote auf Seite von Gladbach nach unten, weil es ja mit jeder Sekunde wahrscheinlicher wird, dass im Gladbach dieses Spiel gewinnen wird, weil das Spiel ja nicht unendlich ist, sondern ein endlicher Prozess ist von 90 Minuten plus der Nachspielzeit. Und selbst wenn es jetzt nur 2,1 weiterhin stehen bleibt, wird es ja dadurch ja immer wahrscheinlicher, dass die das Spiel gewinnen können und auch werden. Und somit beeinflusst das natürlich auch die Quote, so dass die dann fällt. Oder es könnte natürlich auch sein, in der Zeit, wo ich genau jetzt warte, dass eben hier zum Beispiel Gladbach ein weiteres Tor erzielen könnte und ich damit jetzt da mehr als einen Tick Profit mit nach Hause nehmen kann, weil es zum Beispiel dann um 50 Ticks oder 60 Ticks weiter nach unten geht, weil es ja dann schon 3,1 steht und ich dann hier einen viel höheren Gewinn mit nach Hause nehmen kann. Ja, wenn du das auch alles lernen möchtest, dann kann ich dir nur anbieten, das Live-Coaching-Programm von der Sportsbetting Academy findest du unterhalb von diesem Video, wo viele Teilnehmer schon in diesem Coaching auch drinnen sind, wo wir ein ganzes Jahr zusammen die unterschiedlichsten Handlungsschritte auf Wettbörsen uns anschauen und Teilnehmer auch erlernen und wenn du eben auch das Traden auf Wettbörsen lernen möchtest, dann komm zu uns auch ins Live-Coaching-Programm. Dann möchte ich dich noch einmal einladen zu unserer Büroeröffnung am 21. Mai um 12 Uhr in der Spitzgasse, denn auch dort gibt es dann eben die Möglichkeit über gewisse Live-Workshops in unserem neuen Büro, wo wir auch das Thema des Tradens und so weiter durchnehmen. Das heißt, wenn dich das interessiert, schau dir bitte einfach dann in der Videobeschreibung die unterschiedlichsten Angebote an, die es derzeit gibt und ich wünsche dir hier jetzt weiterhin viel Spaß, viel Erfolg mit dem Wissen Wenn du den YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich freuen, wenn du dir ein Abo schenkst und auch einen Kommentar hinterlässt. Danke für deine Aufmerksamkeit, alles Gute und bis bald.